Die können doch eh nicht töten. Nee. Du hast eben ge... Das sind doch Granaten. Aber Granaten töten nicht. Alter. Nee, das ist echt nicht normal. Was geht denn hier ab grad? Oh, mit diesem wunderschönen Knall geht's weiter in H1Z1. Der iTouch ist immer noch am Start. Der Celle muss irgendwie updaten. Und hier war grad richtig Feuerwehr. Oh, es geht weiter. Wieder. Feuerwehr! Alter, was ist das? Komm lieber weg von der Mine da. Du bist gut. Ich weiß nicht, was da los ist. Alter. Aber das tötet doch die Zombies nicht. Oh, da sind's die Minen. Wow, 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 wow. Alter. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Da können wir jetzt aber nicht mehr durch. Irgendwie nicht. Alter Falter. Das sieht sehr gesund aus. Was sind die Mieten, sag ich dir? Ich könnte die ganze Folge nur zuschauen, wie alles explodiert. Das war's wohl. Ja, das sagst du. Ich hab das Gefühl, das geht gleich weiter. Ich glaub, es wird ein bisschen heller, kann das sein? Wow, 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 wow. Ja, es wird heller, aber wie kommen wir hier raus, verdammt nochmal? Oder sind die Schüsse uns gegolten? Äh, das würde mich arg wundern. Nur jetzt habe ich richtig Angst vor Minen, langsam. Oh, wow, 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 wow. Jetzt werde ich faszinieren. Wir sind hier echt ein bisschen eingesperrt, aber hier explodiert alles und trotzdem stirbt keiner von den Zombies. Äh, weißt du was wir machen? Weißt du was wir machen? Wenn's jetzt gleich wieder ruhig ist, dann rennen wir raus. Dann rennen wir einfach raus. Eiskalt, einfach geradeaus durch. Ja, würde ich sagen. Weil wir hier wegkommen. Mein Gott, das hört ja nie auf. Ja, das ist ne Flasche Wasser. Ja. Jetzt. Raus hier. Oh, scheiße. Ich lebe. Wir leben. Alter, sind da viele. Wow. Lass rennen, lass rennen, lass rennen, lass rennen. Guck mal, die Kollegen, die kommen da. Die sollen sich drum kümmern. Ich leuchte gerade, das wäre ein Bär. Wohin gehen wir? Ähm, äh, hier rechts, 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 sofort direkt rechts. Das ist ein Wolf! Der ist hinter dir her. Nein. Doch. Oh, verdammt, ich muss dringend was trinken. Lass hier auf das, lass auf irgendwas hochgehen, wenn's geht. Wo bist du? Oh, 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 oh. Ich kann nix mehr, ich muss was trinken. Komm mit, komm, komm mit, komm mit. Komm mit, hier hoch, hier hoch, hier hoch. Oh Gott. Oh, was zum Glück. Jetzt erstmal dringend was trinken. Trinkend erschießen? Oh Gott. Bin dann nicht verletzt worden. Ähm. So, ich geh mal in den Robin Hood Modus. So, ich hab keine Munition mehr. Warum verliere ich jetzt Leben? Ich geh wieder runter. Du musst dich, nein, du musst dich, du musst dich, äh, du musst dich bandagieren, Kollege. Nein, ich blute nicht. Alter Fighter, was geht hier schief plötzlich? Mein Gott. Ich nutze mein First Aid Kit. Hä? Ich nutze grad mein First Aid Kit. Ich versuche grad, bäm, irgendwie. Oh, verdammt, daneben, den falschen getötet. Schon wieder werde ich verletzt. Von unten vielleicht? Ja, von dem Wolf. Komm mit, lass doch woanders hin. Uah. Oh nein. Töte den Wolf. Oh, daneben. Jetzt ist er weg. Ja, ich hab ihn jetzt getötet. Ah, verdammt, jetzt bin ich auch getroffen worden. Schnelle Bandage überwerfen. Ähm. Wo rennen wir hin? Wo rennen wir hin? Ich weiß gar nicht, wohin wir sollen. Äh, mein Bogen ist fast kaputt. Wo bist du? Wieso kann ich meinen Bogen nicht reparieren? Aua! Äh, Hilfe. I-Touch? Ja? Ich glaub, wir müssen sehr schnell hier weg. Dann komm, beweg dich. Wohin? Komm, ich lauf mir hinterher. Okay. Mein Gott, was ist das für eine actionreiche Folge jetzt bisher schon. Wir müssen hier irgendwo hoch, dass wir von den Zombies hier wegkommen. Und uns in Ruhe mal auch vielleicht ein bisschen, ein bisschen was futtern. Wo rennst du jetzt hin? Ich komm hier einfach rein. Bin drin. So. Zu. Ist ja nicht so, dass sie von hier auch rein könnten, ne? Ach, scheiße. Hier ist ja gar gerne die Tür. Sehr clever von mir. Ähm. Gut. Dann gehen wir hier wieder raus. Wo bist du? Ich bin wieder hinten raus, wo wir rein sind. Dann sag das doch. Hi. Warum hältst du deine Arme immer noch so komisch? Als hättest du den Bogen in der Hand. Ja, das war bei dir auch mal so. Voll komisch eigentlich. Naja. Äh. Ganz ehrlich, ich bin fast gewillt, äh, nach Hause zu gehen. Nein. Wir müssen die Stadt durchsuchen. Wir brauchen Loot. Du bist lustig. Danke. Wir müssen uns hier ein bisschen gucken, dass wir hier mal... Jetzt die Zombies... Wenigstens immer diese Zombieherde los. Auto. Auto? Auto. Hab ich grad ganz, ganz deutlich gehört. Ah, noch ein Scrap of Clothes. Ich nehm mal die Scrap of Clothes mit. Wo bist du jetzt hier? Alter! Da bist du, okay. Okay. Ich kümmere mich um den einen, du um den anderen, hä? Ja. Da ist er liegt. Bei der liegt. Geil. In der Luft hab ich ihm noch die... Die Scrap of Clothes. Blue Full Face Respirator. Blue Full Face... Ach, das ist, äh, das ist die Gasmaske, die ich auch hab. Ich dachte grad, hä, was soll denn das sein? Mein Gott. Äh, kann es sein, dass du blutest? Ein bisschen, ja. Vergiss nicht, dass du... Red Cap. Ich mach mir ne Bandage um. Äh, besser ist das. Nicht, dass du hier mal plötzlich irgendwann absaftest. Das wär ganz schlecht. Das wär doof. Natürlich hier jede Menge. Leck mich am Eumel. Hart. Äh, ja, die Autos hab ich schon mal angeguckt, dass das jetzt nicht so... Wollen wir mal hier, äh, weiter gucken? Über den verschiedenen Läden? In diesen... Ja, kann man machen. Ist ja wie so ne Passage hier. Ja, so ne kleine... Wo ist denn jetzt? Du rennst aber auch kreuz und quer, ne? Du weißt auch nicht, was du willst. Ich suche dich. Ich bin die ganze Zeit direkt neben dir. Ja. Äh, gut. Du machst die Kasse. Ich mach die Kasse. Ich räum die Regale aus und den, äh, Verkäufer, den halten wir als Geisel. Super. Ja, find ich auch, hier ist nämlich nichts. Ne, null. Scheißladen. Ah, hier vielleicht noch Munition oder sowas. Das Problem ist, wir haben jetzt einen Haufen... Oh, was ist das? Einen Haufen Munition verballert. Oh ja, ich hab gar keine mehr. Hm, das ist nicht gut. Mein Bogen, es sieht auch nicht mehr sehr gut aus. Hast du ein, äh, Weapon Repair Kit? Äh, theoretisch ja, aber ich kann das nicht verwenden. Warum nicht? Weil ich das so genau wüsste. Ja. So, normalerweise müsstest du steife Arme davon kriegen, so wie du die Arme hältst. Hm. Vielleicht hab ich ja steife Arme. Ähm, da stimmt irgendwas nicht. Das geht mit dem Essen schon wieder unfassbar schnell bergab, also es ist... Also bei mir hält es jetzt im Moment glücklicherweise in Grenzen. Dafür... Ist jetzt so... Hm. Ploppt dafür immer wieder was anderes auf. Ich finde hier lauter Munition. Was für Munition brauchst du eigentlich? Äh, einmal für die Shotgun und einmal für die AR-15, welche immer das auch sein soll. Ja, nur das die AR-15 war, die... Zwo... 48 rund, kann das sein? Äh. Da ist er ja. 13, was ist denn das für eine Munition gewesen? 2,28 glaub ich. Kann sein, ja. Ach, deswegen ist sie gar nicht mehr bei mir drin, weil ich die natürlich schon in der Waffe drin hab, logischerweise. Kann da ja auch nichts mehr sein, ne? Das ist ein sehr interessanter Ton bei dir. Klick, 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 klick. Damit? Natürlich etwas, das man immer wieder gebrauchen kann. Damit tue ich so, als würde ich Leute erschießen. Hm. Du bist tot. Du musst aufhören mit dem Spiel. So geht das leider nicht, Kollege. Warum denn nix? Ach ja. Mann, das war jetzt aber eine Action-Dame am Start, ne? Dieses ganze Explodiere, diese ganze Explodiererei. Bisschen übertrieben vielleicht. Naja, also mich würde mal interessieren, wer das denn so, äh, ja, sag mal, veranstaltet wird. Naja, ich hab das Gefühl, dass das so ein Bug vom Spiel war. Meinst du? Hm. Also war auf jeden Fall ein Auto unterwegs. Also das ist mal faktisch. Ja, das hab ich auch mal eins gehört. Bist du noch in dem Laden drin? Ich bin hinten rausgegangen. Ja, also ich bin noch im Laden drin und ich trinke grad was. Ach, da bist du ja. Hast du die Dinge hier schon durchsucht? Genau, nicht. Okay, hier finden wir auch mal noch ein bisschen Munition. Coffee. Ah, hier ist nichts. Gut. Bist du vorne oder hinten raus? Hinten. 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 So. Ich höre ein Zombie, bist du das? Nein. Oh. Mach mal hier den Laden zu. Ach, ist das herrlich. Viele Kühlschränke. Kühlschränke? Ja. Kann man gern wissen, ob ich von der Munition, die ich hier gerade einsammle, ob das die Munition ist, die ich hier wirklich brauche. Zur Not machst du sie dir? Ja. Ja, das ist immer leichter gesagt ohne Bank, ne? Ja, ich mein Werkbank, wenn wir wieder zurücklaufen würden, hätten wir sie ja. Das ist wahr. Also von daher ist er direkt dann bei uns von der Nase. Da ist ein Zombie, der kommt direkt auf mich zu. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ahhhh. 45 rund. Ducktape. Uhuhu. Oh. Der will sich mit mir anlegen. Hm. Da kommen noch mal zwei. Der ist K.O. gegangen. Scrabble ist closed. Ach. Hä? Jetzt. Oh, ich bin Tirit. Ja, ich auch. Ich leg mich mal ins Bett. Genau, jetzt wo die zwei Zombies ankommen. Du bist mir so ein Kollege. Du schaffst sie auch noch ohne mich. Hm. Merke ich mir. Na, nur noch ein 8,4, 8,7, 7,2, 6,5,4, 3,2,1. 2,1. Äh, go. Juhu. Ich bin wieder fit. Lalalalala. Äh, ich geh, ich geh jetzt schlafen. Immer egal, was du jetzt machst. Ja, kannst du machen. Da kann ich nix. So. Aber es ist mega krass, wie schnell das jetzt ging. Ich hab mich ja vorhin noch schon hingelegt. Irgendwer kriegt hier Anrufe ohne Ende. Also, ich bin's hier nicht. Bin so unbeliebt, ich will keinen anrufen. Tee he he he. Das ist aber schade für dich. Ja, für mich schon. Well arrested. So. Alter, wo bist du jetzt unterwegs? Bin in den nächsten Laden gegangen, wo nix drin ist. Das ist Pech für dich. Allerdings. Wenn ich geh jetzt in den Laden, in dem mein Auto steht. Äh. Hoffentlich können wir das Auto fahren. Äh, nicht ganz. Was fehlt denn? Was fehlt denn? Was fehlt denn? Äh, alles. Ja. Lenkrad zum Beispiel. Ha, scheiße. Und sie ist in der Arbeit. Ich muss gleich mal schauen, ob ich echt die ganze Zeit Munition für meine, für meine Pistole hier einsammele. Wenn ja, wäre das wenigstens gar nicht so schlecht, dann habe ich wenigstens etwas. Na, da höre ich schon wieder das Auto rumfahren. Echt? Das Auto sehen? Ja, das hilft uns leider nicht, denn ich habe das dumme, die dumme Befürchtung, dass wenn wir das Auto sehen, auch ganz viele Zombies sehen werden. Hehehehe. Das kann passieren. Und das ist, äh, bist du eigentlich immer noch in den Laden da hinten? Ja, ich bin hinten raus jetzt. Hinten raus? Pfff. Hört sich eklig an. Ist aber so. Klingt komisch. Ist aber so. Dann. So, jetzt bin ich vorne raus. Da, 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 da. Achso, du warst in dem Laden, wo das Auto im Laden steht. Hm, ich bin inzwischen auch weiter. Da, 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 da. Na, wer hat's erkannt? Hm, mach doch wieder, mach, 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 mach. Ja, Leute, ey, ihr, ihr seid voller Elan dabei, ne? Ich weiß gar nicht, äh, äh, Sendung mit der Maus? Fast. Fast. Dann war's, äh, Löwenzahn. Wollte ich auch grad sagen, some called a Löwenzahn. Hier sind Äxte. Hier sind Äxte. Ja, und Zombie. Knocked out in der ersten Runde. Ding, ding. Eine Chance. La, 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 la. Alter, hier sind ja vor allem nur Äxte. Was will ich denn mit so viel Äxten? Hier ist gar nichts. Alles leer. Auch mehr Loot. Bist du das da hinten? Hm, ja. Ja. Ah, okay. Ja. Wollen wir nochmal zurück in die, in die, in die Polizeistation jetzt? Würde ich sagen. Ich glaub, der Cele ist jetzt, glaub ich, auch so langsam auf dem Weg, oder? Celechen. Ja, gleich mal. Ja, gleich mal. Dann rennen wir mal in die Polizeistation zurück. Vielleicht hat sich da was geriespawnt. Ich denke, dann werden wir von dort aus auch wieder mal Richtung Heimat wandern, oder? Macht wahrscheinlich am meisten Sinn. Ja, und dann bauen wir da gemütlich unsere Bude weiter. Oder? Oh, ich muss schon wieder was trinken. Ist ja ich gerade fest. Also Alter, ich bin jetzt gleich wieder drin. Mal gucken, ob er es explodiert. Oh Gott, da ist schon wieder so viel los. Einfach rein spazieren. Ähm, Wolle? Wie groß ist das Militär? 1.200. Da ist ein Zombie drin. Da sind einige Zombies. Nein, da ist ein Zombie drin. Oh, wow, wow. Es geht schon wieder los. Nein, lass mich rein, lass mich rein, lass mich rein. Dann mach doch die Tür hinter dir zu. Ja, Mann. Da wäre schon wieder fast der nächste drin gewesen. Quatsch. Ey, Wiko, sind eure Taschen? 1.200. Ich kann dir was abgeben. 1.200? Ja, ich kann dir was abgeben. Ja, komm schneiden. Ach, du hast so ein Backpack jetzt? Mach das jetzt, Chile. Ja. Na, endlich sind wir mal wieder vereint. Dann kann ich ja den Backpack hier schreddern. Boah, ja nicht mehr dann. Zack. Und da explodiert schon wieder alles. Ist das nicht schön. Seid ihr unten schon nach Munition suchen? Ja. Hier ist eine Shotgun. Das ist gut. Das ist immer ein schönes Zeichen. Ja, aber das hat leider nicht gerespawnt. Weil alle Fächer, die ich jetzt durchgucke, sind schon durchgeguckt. Nicht alle, aber ich habe gerade zwei Fächer gefunden. Da sind wieder zwei Shotguns drin. Okay, dann lassen wir mal eine da. Vielleicht ist hier schon Munition drin. Hier sind ganz viele Shotguns. Ich brauche keine Shotgun, die kannst du ruhig alle nehmen. Da ist natürlich keine Munition drin, oder? Sehr wahrscheinlich. Scrap of Cloth. Ach, das ist doch blöd so. Also, ich habe mich ja echt gefreut, wenn hier ein Auto rum und das Polizeiauto rum gestanden hätte. Aber... Ist es wohl leider nicht. Ja, das sieht schlecht aus jetzt. Ach, der Chile ist wieder da. Das ist schön. Was machen wir denn jetzt mit der fehlenden Munition? Gibt ein Bank. Was sagst du? Der Chile hat schon wieder irgendwas geflüstert. Ich habe sie verstanden. Er will in sein Bett. Er will in sein Bett. Jo. Ich habe geschlafen. Warum willst du denn in dein Bett? Jo. Ich bin mal bei denen. Wow. Was war das? M380. So. Jetzt habe ich zwei Pistolen wenigstens dabei. Mit Munition. Das werden wir noch sehen. Das werden wir noch sehen. Ich bin gerade im ersten OG. Noch kurz nachschauen, ob hier noch irgendwas ist. Aber es sieht leider schlecht aus. Das ist so pervers, wie viele Zombies hier in Pleasant Valley rumrennt. Das ist... Irgendwie nicht im Verhältnis, finde ich. Du mal Ducktape. Naja. Wer es braucht, ne? Na komm. Was zur Hölle macht denn ein Zombie da oben? Ist der durch die Explosion hier hochgeflogen? Komischer Krauz. Einfach... Liegt hier zum Zombie rum. So. Wo seid ihr unterwegs gerade? Hier. Also ich bin noch unten im Keller. Okay. Komm jetzt aber hoch. Na hier oben brauchst du nicht hin. Da ist schon alles leer geräumt. Super. Machen doch nur Asoziale. Ah, und ich. Hier ist eine schwarze Jeans, falls du möchtest. Super. Ach, da ist er ja. Hallo. Hey, hier ist ein Military Backpack. Da unten geht schon wieder los. Ich sehe nur, wie aus deiner Waffe irgendein Schuss kommt und plötzlich explodiert alles. Ja. Also du könntest recht haben. Könnt ein Bug sein. Äh, habe ich so ein bisschen das Gefühl, denn es passiert ja nicht wirklich was. Ne. Naja. Chile, bist du... Wo bist du? Auf den Dach. Zieh mal da was? Dann schießt er. Da schießt gar niemand. Vielleicht explodiert alles. Oh fuck. Bin runtergestürzt. Das ist schlecht für dich. Ach scheiße. Aber weißt du, was ich machen könnte? Was? Alter, wie viele? Das ist die perfekte Situation für mich. Oh Gott. Toll. Alles klarheitert? Ja. Bin wieder da. Ich schmeiß mal ne Granate da runter. War das meine Granate da hinten? Hast du noch einen? Guck, ne. Doch. Und nochmal. Probieren wir es nochmal. Das ist mal direkt vor. Das war meine Granate. Hey wow, ich habe ein Zombie mitgenommen. Irgendwie, alter, wie alles explodiert und nichts passiert. Das ist so krank. Ich glaube das neben ihnen. Aber ein schönes, schönes Spektakel. Wir können von hier oben natürlich jetzt Robin Hood Style machen und einfach runterballern, wie die wir kloppen, ne? Ja. Ja, ja. Aber ich würde fast behaupten, wir machen hier ein Folgen. Du verstehst kein Wort mehr, wenn es da oben steht. Hahaha. Ich würde sagen, wir machen dann hier ein Päuschen und dann rennen wir in der nächsten Folge mal wieder los Richtung Heimatschlag. Jetzt bloß nicht zu. Nicht, dass ich hier runterfalle. Komm. Geh doch runter. Fall doch runter. Vor der Battle da unten explodiert alles und wir battlen uns hier. Schon cool. Naja, also wir sehen uns übermorgen wieder zu einer neuen Folge. Macht's gut. Bis dahin. Ich bin raus. Tschüss. Oh nein. Hahaha. Wie kann man so blöd sein? Einmal runterfallen ist ja schon tragisch. Aber zweimal. Oh, da ist ein Zombie drinnen. Ja. Cele, wo bist du? Bin gerade im Keller. Ja. Alter, wo bist du? Ich bin gerade im Eingangsbereich. Also du bist drinnen. Ja. Na gut. Wollen wir dann losrennen? Na Hause. Wasser. Was?